Und je älter man wird, desto mehr ist man allein. Mit ein paar Erinnerungen an ein Leben, das sich nach und nach zerstört. Das ist das Gesetz des Lebens. Liebe, Freundschaft, alles Quatsch. Das sind Illusionen, die man versucht aufrecht zu erhalten, um nicht zugeben zu müssen, dass alle zwischenmenschlichen Beziehungen reines Geschäft sind. Ich erinnere mich an den Ein-Moment, wo du bei mir warst. Das Gefühl der Unendlichkeit, als du neben mir lagst. Sag, warum vermisst du mich denn? Ich bleib bei dir. Auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr sehen, ich bleibe hier. Es fällt dich schwer zu verstehen, warum wir nicht mehr reden. Wollten wir nicht ein Leben zu zweit? Was ist mit unseren Plänen? Wollten wir nichts erleben? Ey, am Ende sind wir wieder allein. Es war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Es war das letzte Mal, es ist vorbei. Vielleicht musste es passieren, jetzt stehen wir wieder am Anfang. Dass wir glücklich waren. Dass wir glücklich waren, zeigte, dass der Tag einfach nicht mehr so lang war. Es fällt dich schwer zu verstehen, warum wir nicht mehr reden. Es fällt dich schwer zu verstehen, warum wir nicht mehr reden. Es war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Es war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Es war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Untertitelung des ZDF, 2020